Genial daneben, heute mit Teller von Sünnen, Oliver Kalkoge, Wiebert Bogen, Matke Knoeck und Werner Hohiker. Wunderschönen guten Namen meine Damen und Herren, hier ist Genial daneben. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir werden versuchen, Sie in der nächsten Stunde so gut es geht zu unterhalten. Ich habe sehr schöne Fragen und ich muss leider am Anfang der Sendung zwei Sachen sagen. Eine Dame, die heute extra aus Griechenland angereist ist aus ihrem Urlaub, heute am 6. Juni, fliegt morgen wieder zurück. Und oben sitzt Stefan, wird heute 16 Jahre, hat heute Geburtstag und verbringt diesen Geburtstag bei uns im Studio. Da oben ist er. Was war denn das eben? Wir haben kurz an, aber das eigentlich auch schon, man muss ja nicht übertreiben. Wir hatten die Platte nur auf 33 und hätten Sie auch auf 45 haben müssen. Etwas, wovon dieser Junge mit 16 Jahren keine Ahnung hat, wovon wir reden. Von was reden Sie? Das war nach Ihrer Zeit. Bei mir gab es noch Schellack. Ja, Oliver, herzlich willkommen, Wigold, herzlich willkommen, Matze. Danke. Alles gut, schönes Hemd, schöne Farbe. Ja, ja. Sehr sommerlich, es ist warm draußen. Es ist ja auch Juni. Richtig. Es ist Juni, die Vögel zwitschern. Frau und Sinn, wie geht es Ihnen denn so? Es geht nicht, sehr gut. Ich sehe gerade, dass ich versuche, die Farben der Herren in meinem kleinen, sehr alten Glücksrad überall aufzunehmen. Orange vom Wiggy habe ich, das Grün ein wenig, ein wenig Grün vom Olli, das Blau vom Matze und vom Höckerchen Orange, also schön. Und das Schwarz kommt nicht zwischen deinen Beinen, wenn du mal zeigst. Ja, ja, ja. So, finde ich, ich bin so genau die Mischung daraus. Ja, meine Damen und Herren, schlecht ist auch folgendes. Supergeil, das ist gut. Aber der geht so. Völlig uninteressant ist auch folgende Information. Ähm, was... Ihr wollt euch schon übertrumpfen in euren alten Pornsen. Ich freue mich. Man muss den Moderator immer da abholen, wo er steht. Natürlich. Wo er sitzt. Herr Walder! Lesen! Im Gegensatz zu Ihnen sitzt eine Frage. Lesen! Es könnte was dauern, das ist ein bisschen schlepzig gerade. Bitte? Mach weiter. Haben Sie was Interesse? Nein, ich hab total Spaß. Ich hab Angst, dass ich ein Geräusch höre. Huica hört neuerdings Geräusche, meine Damen und Herren. Machen Sie nichts draus. Ich höre keine, aber was sie ist, kann ja noch werden. Man weiß es nicht. Kleine Delfinshow hier heute. Sie wissen nicht, wovon wir reden? Aber Sie werden es hören. Wir auch nicht. Wir fangen vorne an. Es geht los. Bernd Engelin wohnt in St. Augustin. nicht weit von hier. Und Bernd Engelin möchte wissen, was ist ein sogenannter Nasspreis? Der Nasspreis? Also nicht der Saupreis. Na, der Nasspreis. Das Gegenteil vom Trockenpreis. Ja, das ist richtig. Der Nasspreis vom Beton. Also der Beton wird angeliefert in einer Betonmischmaschine und hat ein anderes Gewicht als im ausgehärteten Zustand, beziehungsweise wenn er als Zementpuder in der Sackumhüllung sich befindet. Der Nasspreis liegt daher... Höher. Astronomisch. Ja. Der Nasspreis hat etwas... Aber trocken kann man ja nichts mit anfangen. Der Nasspreis hat etwas mit dem Freibad zu tun. Eintrittspreis ist, wenn du schwimmen gehst, darfst dich aber nicht abtrocknen, billiger. Oder der Nasspreis könnte auch etwas mit der Autowäsche zu tun haben. Dass man zum Beispiel wirklich... Es gibt ja eben... Das Auto wird ja auch trocken gepustet. Dass es eben, wenn es nicht trocken gepustet wird, sondern nur blank poliert, keimfrei gelutscht und so weiter, dass du dann einfach weniger zahlst. Eben nur 6,50 statt 8 Euro. Ich glaube ja, ich hätte sehr viele Nasspreise erhalten, wenn ich meine vielversprechende Karriere als Synchronschwimmerin weiterverfolgt hätte. Und zwar alleine. Ja. Ja, weil viel mehr passt auch nicht in das Becken. Eben. Also ich habe... Meine Esther Williams gab. Ja. Haben Sie das mal gemacht? Warten Sie mal? Ja, ja. Sie wissen das doch noch von meiner Geburtstagsshow. Da gab es doch diesen Ausschnitt, wo ich mit diesem Polizeisportverein in Synchronschwimmen und ich in der Mitte als sehr, sehr dicke Esther Williams. Und ich brauchte auch im Gegensatz zu den Mädchen Flossen, weil die Synchronschwimmerin an sich hat ja eine sehr ausgefuchste Technik, um sich über Wasser zu halten. Das konnte das dicke Ding nicht. Man gab mir Flossen und sie stand so im Becken und unten... Franzierpolizisten und haben sie festgehalten. Bleib hier, bleib hier. Ist es vielleicht möglicherweise ein Preis, der beim Fernsehen verliehen wird? Der deutsche Fernsehpreis an, sagen wir mal Reich-Ranitzki, hat ihn jetzt ja nicht angenommen, aber kann ja noch mal kommen. Und wenn der dann so frisst, dann wird der Preis irgendwann nass. Ich bin beim Haareschneiden. Ja. Wo sind Sie? Beim Haareschneiden. Sehr gut, sehr gut. Wie kommen Sie darauf? Waschen, Fönen, Legen. Ich bin ein Freund von Fantasy. Der braucht ein bisschen, lass den Leuten die Zeit. Ja. Nass, es gibt einfach Trockenschneiden und Nassschneiden. Und der Nasspreis ist das Schneiden von nassen Haaren. So nicht. Aber so... Es hat gar nichts mit dem Friseur zu tun. Bitte, Moment. Achso. Es hat gar nichts mit dem Friseur zu tun. Da haben Sie jetzt auch gedacht. Ja! So, sind wir vielleicht bei Tieren und bei dem Verkauf von Fischen. Auch ein schöner Plan. Der Fisch ist nicht mehr wert, wenn er noch im Wasser ist. Ja, genau. Ich dachte, die haben vielleicht so lustige Ausdrücke, wenn so ein weibliches Tier näst. Ist der Fisch denn teurer, wenn man ihn im Wasser verkauft? Nein, also der... Halt, Moment. Eingesalzene Fische in Portugal. Also der Trockenfisch, der ist wahrscheinlich teurer als der Frischfisch. Also der Nasspreis ist geringer als der Trockenpreis in dem Fall. Warum jetzt? Weil der Fisch ja schon veredelt ist. Mit allerhand Zutaten, vor allen Dingen mit Salz. Und der Trockenpreis eines Kabeljaus liegt höher als der Nasspreis. Also weg vom Wasser. Ja, bitte? Jetzt, 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 jetzt. Wenn man zum Beispiel unter Wasser ist, kommen einem noch Gegenstände größer vor. Das heißt, so ein Fisch unter Wasser ist teurer, weil er einem größer vorkommt. Wenn die ihn rausholt. Und aus dem Hai nur noch so ein kleiner Stichling. Und dann musst du wiederum den Trockenpreis berechnen. Ich würde die Fische aber einfach mal... Ja, Abtropfgewicht. Weiterverfolgen, weg. Obst. Dann ist es halt ein Preis, den Ulrike Nasse-Malfatt geschifftet hat? Nein. Gibt es denn auch sowas wie den Trockenpreis, den Feuchtpreis und den Nasspreis und den Schnupperpreis? Also gibt es das halt den Schnupperpreis? Nein. Es gibt nur den Nasspreis. Es gibt nur den Nasspreis. Obst. Abtropfgewicht. Man spricht ja von Abtropfgewicht. War das nicht beim Obst? Ja, ich mein doch. Ja, genau. Und wenn man da, wenn es nicht abgetropft ist, wenn es halt einfach noch in der Plörre schwimmt, dann ist es halt eben einfach der Nasspreis. Ist der Nasspreis? Sind Sie also im weitesten Sinne bei Lebensmitteln? Ja. Wollen wir da bleiben? Ja. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Für wen? Für euch. Ich bin in der Ölmalerei. Wenn man ein frisch gemaltes Ölbild vom Schlachter kauft, also ein ganz frisches Ölbild erwirbt, dann ist das ja noch feucht. Feucht. Und kann nicht so gut transportiert werden. Finde ich gut. Weil das ja noch verwischen kann, wenn man das jetzt auf die Hutablage im Auto legt. Natürlich. Ist das ein Frachtpreis für Züge oder für... Also ein Transportpreis für Flugzeuge oder Züge? Je nachdem, was man für Waren transportieren... Gutes Wort. Gutes Wort eben gefallen. Vom Heli? Von mir? Von der dicken Tante? Oder von mir? Von Züge? Also Flugzeug. Flugzeug. Flugzeug ist das richtige Wort, was gefallen ist. Flugzeug. Für diese Frage, alter Mann. Ist der Nasspreis? Ah. Ist der Nasspreis? Also sind das vielleicht die... Wenn man bei Regen fliegt. Vielleicht. Ist das so? Geht's um den Urlaubsreisen oder geht's um den Kauf eines Flugzeuges? Das müssen wir natürlich... Ich glaube es geht um... Ryanair hat doch jetzt Geldeinwurfschlitze für Toiletten gemacht. Und der Nasspreis ist, wenn man sich das spart. Und dann zahlt man den Preis, dass man nass ist. Oder kann es sein, die Maschine... Für die Nasszelle. Die Maschine ist so alt, dass es rein regnet. Und deswegen zahlt man den Nasspreis. Ich hätte sonst auch noch... Das weiß ich, aber das ist ja... Second Hand hätte ich noch irgendwie gehabt, dass wenn man irgendwie eine Textilie kauft, die voll geschwitzt ist, die muss man den Nasspreis... Aber wir sind bei... Nee, aber Flugzeug... Flugzeug. Ist der Nasspreis einfach die Lande- oder Startgebühr, die Flugzeuge oder Fluggesellschaften zahlen müssen und die steigt bei Regen, weil der Flughafen mehr Aufwand treiben muss? Weil die Startbahn nass ist. Zum Beispiel. Vielleicht aber auch... Weil der Pilot ins Schwitzen kommt. Das Gewicht ist größer durch das Kerosin und das nennt man denn, aus welchen Gründen auch immer, den Nasspreis. Wie bitte, was war das denn für ein Rollsperr-Geräusch? Ich hab... Brontitis. Das hat nichts mit der Tankfüllung des Flugzeugs zu tun. Weil sie nämlich bei Kerosin auf ihre Zettel... Es hat was damit zu tun. So, es hat also was mit der Füllung des Tanks zu tun. Ja, pass auf. Das ist ein ganz Nasspreis. Nasspreis. Ah! Da geht's einfach, tummt darum, ob man noch... Weil das ist ja teuer. Ob man mit oder ohne Kerosin. Wenn man verkauft... Fluggesellschaften verkaufen lustig Flugzeuge untereinander und wenn da noch eine Tankfüllung drin ist, ist das halt teurer. Ja, sie haben für den Flug gekauft, aber leider ist es nicht getankt. Schade. Nasspreis. Stimmt alles nicht so. Flugzeug... Es geht um ein ganz neues Flugzeug, den Einkauf eines Neuflugzeuges. Ja. Da gibt es den Trockenpreis, das ist der Rohbau ohne Innereien und den Nass... Was sind denn Innereien? Ja, so die Stühle, der ganze Krebskrebs. Steuer. Ne, hier genau. Sitze. Ist auch schlecht, wenn der Pilot steht. Geht es vielleicht wirklich ganz schnülle darum, ob man ein Flugzeug frisch vom... Ist gerade gebaut worden oder ein Flugzeug, was eben schon mit Tankfüllungen mal nach Griechenland, Aachen und Paris geflogen ist? Wir brauchen Flugzeuge. Ich werde es euch sagen. Second chance. Ja, okay. Es geht um Privatflugzeuge. Ja. Wer ein Privatflugzeug chartert oder Flugstunden nimmt, zahlt immer eine Pauschale, die Öl und Benzin mit einschließt. Das ist der Nasspreis. Weil Öl und Benzin nasse Stoffe sind, nennt man diesen Komplettpreis in der Fliegersprache Nasspreis. Ihr wart nah dran. Gebe ich ehrlich zu, wenn ich euch noch hätte zwei, drei Wochen machen lassen. Aber so nicht. Bernd Engelin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Meine Damen und Herren, wir gehen zu Claudia Saaler. Sie wohnt in Leverkusen und hat eine Frage, die, wie ich glaube, unter Umständen, auch wenn man es nicht weiß, durch starkes inneres Nachdenken, durch inneres Aufbäumen und durch vorheriges Vorlesen und dem Mut zur Selbstverachtung. Ja, dann mal los. Eventuell. Ja, das geht alles von unserer Zeit ab jetzt. Beantwortet werden könnte. Claudia Saaler möchte wissen, warum werden die Tische einer portugiesischen Universitätsbibliothek jeden Abend mit Ledertüchern bedeckt. Weil sie dreckig sind. Weil die nassen, diese Leder, ach Sie wollen noch was dazu sagen? Ich wollte noch kleine Informationen geben. Gerne, gerne, gerne. Die kann euch sehr helfen. Sonst sage ich es schnell. Bei der Bibliothek handelt es sich um den Barockbau der Universität Coimbra, einer der ältesten Universitäten Europas. Die historischen Räume beherbergen 300.000 kostbare Bücher und Drucke. Diese Schätze darf man nur mit Sondergenehmigung studieren. Und jeden Abend werden diese Lesetische mit Ledertüchern bedeckt. Warum? Ich glaube, dass diese Ledertücher feucht sind und darüber den Staub anziehen, damit die Bücher besser geschont sind. Wie Leder. Falsch. Kann es sein, dass es eine Open-Air-Bibliothek ist und diese Tücher sollen quasi die Tische vor Regen schützen? Eine Open-Air-Bibliothek? Was ist denn eine Open-Air-Bibliothek? Ich meine, das hatten wir ja jetzt noch schon in Köln im Stadtarchiv. Du glaubst doch nicht, dass die alte Bücher schützen wollen. In Freiluft-Bibliotheken. Portugal. Portugal ist ja warm. In Portugisien ist ja auch warm. Ich glaube, das ist geschlossen. Haben Sie gerade Portugisien gesagt, Herr Walter? Ich habe es genau gehört. Was ist denn, wenn da Tiere in dieser Bibliothek leben? Wenn das schon ein sehr altes Gebäude ist? Ich kippe mal auf den. Fledermäuse. Ja, Fledermäuse, genau. Was machen die Fledermäuse? Fledermäuse kacken auf die Tische. Elefanten auch. Auch Elefanten-Dung unter Umständen wird. Es geht um Fledermäuse an diesem Ort. Was machen die Fledermäuse? Die fliegen da rum. Die orientieren sich mit Ultraschock. Die kacken auf die Tische. Die kacken auf die Tische ist die richtige Antwort. Ja! 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 Ich hab's ja gesagt! Dann kann durch inneres Überwinden die Frage beantworten. Das war sehr anstrengend! Dieses inneren Aufbäumen! Warte! Ich hab neulich gehört, da gab's so, Mama Maus und Kind Maus gehen spazieren und sehen eine Fledermaus und sagt, der Kind zur Mama sagt, guck mal ein Engel. Das find ich auch süß! Ja! Haben wir noch ne dritte? Ja! Und eine Fledermaus sitzt ja sogar da oben. Wenn sie vielleicht so lange ins Kino möchten. Also ich sag's mal. In diesem historischen Gemäuer nisten tatsächlich Fledermäuse, die nachts in diesen Räumen rumfliegen. Um die wertvollen alten Tische vor Fledermaus-Code zu schützen, werden die Tische abends mit Ledertüchern bedeckt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum entfernen sie nicht die Fledermäuse? Aus einem ganz einfachen Grunde. Die Fledermäuse selbst sind in dieser Bibliothek sehr willkommen. Sie fressen Bücherwürmer und bewahren damit die Bücher vor irreparablen Schäden. Deswegen bleiben die da drin, aber sie müssen die Tische halt abdecken. Richtige Antwort, Claudia. Es tut mir wahnsinnig leid. Diese Intelligenz-Bestien haben es geschafft. Aber warum das jetzt Lederlappen sein müssen, wissen wir nicht. Es sind Lederlappen. Es sind ja Lederlappen. Es könnten auch Lederlappen sein. Man könnte auch Lederlappen wegnehmen wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch zufällig eine Frage zuhause rumliegen haben, wissen nicht wohin damit oder auch mehrere, können Sie uns die schicken. Wir sind sehr dankbar. Genialdaneben 50 616 Köln oder Sie rufen an 013 718 1120 oder einfach eine E-Mail fragen adgenialdaneben.de. Sie können ja 500 Euro. Ist ja nicht das Schlechteste. Zum Beispiel Mark Lutzke. Könnt ihr jetzt auch 500 Euro bekommen? Bar auf die Hand. Er ist nämlich heute Abend hier bei uns. Mark, wo finden wir Sie denn hier im Weitengrund? Hinter Ihnen, Herr Beider. Hinter mir. Mark, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle jetzt Ihre Frage und drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Mark möchte wissen, was ist der sogenannte Hamstertest? Der Hamstertest. Ja. Wie stark man die Backen aufblähen kann. Zum Beispiel bei Trompetern. Dizzy Gillespie, bekannter Jazz-Trompeter, der so extrem weit seine Backen aufblasen kann. Und vielleicht Aufnahmeprüfung für Trompeter am Konservatorium heutzutage. Das ist also nicht nur Virtuosität vom Blattspielen und so weiter, sondern auch der Backentest. Also wären wir in der Musik? Auf jeden Fall. Ist das richtig? Nein. Stimmt. Ich bin auf dem Rummel, weil der Rummel an sich hat ja gerne Riesenräder und auch so Gerätschaften, die sich drehen. Und beim Amster assoziieren wir ja leider, dass diese armen kleinen Bieste in Käfigen zumindest rennen und rennen und rennen. Vielleicht ist das also der Begriff vom TÜV. Wenn der TÜV auf einem Rummel-Gerätschaften testet, wie viel Umdrehung oder wie oft oder Verschleißerscheinung. Hatte jemand von euch mehr ein Hamster? Ich hatte mehr Schwanchen, das war auch. Eine Wasserschildgröße hatte ich mal. Eine Wasserschildgröße? Drei Reichstück. Der eine ist vom Balkon gesprungen, der zweite ist wohl hinterm Schrank. Ja, das ging am schnellsten. Der zweite hat sich hinterm Schrank versteckt. Wir haben ihn dann Jahre später wiedergefunden. Als Rosine verkleidet? Ja, genau. Und wenn er die Hamster gefüttert hat, hat er mal so gemacht. Und der dritte? Der dritte hat Asyl bei der Katze nebenan gesucht. Also sie wollte auch genau sagen, dass die Hamster in der Tat ganz viel Nahrung in ihren Backen speichern. Vielleicht das mitnehmen, also man sagt, wenn man hamstert, also wenn man jetzt irgendwie entweder so, was Leute, wenn sie beim Essen wo eingeladen waren, vom Buffet mit nach Hause in die Hose tun. Das sagt man, weil die Hamster so viel in ihren Backen speichern. Aber nicht nur Essen, sondern auch noch Löffel und so weiter. Aber da geht es dann um Volkswirtschaftslehre, würde ich mal sagen. Also ein Verfahren zum Ermitteln der Krisenhaftigkeit einer Wirtschaftskrise zum Beispiel. Der Krisenhaftigkeit einer Wirtschaftskrise. Wie schlimm steht es um die deutsche Wirtschaft? Kann man zum Beispiel auch daran ablesen, wie sehr die Menschen hamstern? Ja, jetzt gucken Sie aber. Ich glaube, dass es einfach viel, viel einfacher ist. Hamster werden einfach vorwiegend an Kinder abgegeben. Wir wissen alle, Kinder können unter Umständen auch grausam sein. Und deswegen muss so ein Hamster, bevor er abgegeben wird, auch überprüft werden, ob der das aushält. Und deswegen wird so ein Bindfaden an den Fuß und dann wird er über so ein Katzenklo gehängt. Und wenn er irgendwie nach zwei Stunden... Ich kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Wenn der das aushält, dann ist der quasi... Ich hatte mal einen Hamster, der konnte Jörg sagen. Was? Mein Hamster konnte Jörg sagen. Jörg, Jörg. Da kann ich nicht drüber lachen. Ich habe ein Geräusch gehört. So, Hamster-Test. Der Hamster ist ja nachtaktiv. Richtig, endlich. Deshalb er sich nicht eignet, ihm Kindern zu geben. Deshalb, denn man möchte nachtaktive Kinder haben. Und... Ja, warte mal. Entschuldigung. 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 Und das war's. Achso. Ist es vielleicht Autoindustrie... Ist es vielleicht Autoindustrie... Genau. Ob in der Autoindustrie auch nachts fahren. Nein. Es gab noch mal den Elcht-Test. Es gab noch mal den berühmten Elcht-Test. Und jetzt gibt es für kleinere Autos, gibt es einfach den Hamster-Test. Noch kleinere. Ja, aber nachtaktiv ist schon mal ein gutes Stichwort. Nachtaktiv ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Für eine andere Frage. Das ist richtig. Ja, ja, ja. Die Fledermaus-Frage zum Beispiel von davor. Hamster sind sehr, sehr fruchtbar. Was sind die? Fruchtbar. Wer sagt das? Ich. Hamster können in sehr, sehr kurzer Abfolge neue Generationen erzeugen und so auszudrücken. Ja, auch alleine, weil die ja meistens alleine im Kästchen sind. Ja, alleine. Wie lange trägt denn so ein Hamstermännchen? Ja, 40. Meistens stirbt er vorher. Deswegen kriegt man das so selten. Oder geht hinter den Schrank, freiwillig. Oder springt vom Balkon. Mehr fällt uns nämlich zum Thema Hamster eigentlich nicht ein. Also der Hamster kommt ja aus Israel. Und soweit ich weiß. Wo kommt der her? Der Hamster kommt aus Israel? Ja, aber mit dem Bus. Ich war her. Ganz kurz. Schallöllchen. Ganz kurz. Dann darf aber Freitag und Samstag nicht laufen. Nee, der darf nämlich nur vom Sabbat nicht arbeiten. Genau. Gibt es, ganz kurz, kann mir das hier irgendeinem Raum bestätigen? Oder sind Sie mir, dass der Hamster aus Israel kommt? Nein, kommt nicht. Nein, Hamster kommt. Was? Wo kommt ihr her? Aus Syrien. Aus Syrien. Das ist ein hinderweiter Unterschied. Ich habe mich um 600 Kilometer vertraut. Mir fällt übrigens noch was ein dazu. Hamster kann man ja am Nacken so hochfassen. Ist das eventuell ein Begriff aus der Medizin? Ich meine, dass es ein Kennzeichen dafür ist, wie stark ein Organismus dehydriert ist, ob, nachdem man die Haut hochgezogen hat, die Haut sofort darauf, weder in die Ausgangsposition zurückkommt oder nicht. Ah, er schaut auf seinen Zettel. Wenn man nämlich, äh, nennt man das den Hamster-Test. Das hat damit nichts zu tun. Ich sehe doch das Hinterlustige in seinem Blick. Herr Beiler, wir sind beim Zahnarzt. Lass mich nochmal ausreden. Ja, warte mal. Das ist doch schon... Sie meinten aber jetzt, dass das... Damit Sie wieder sagen können, falsch. Nee, kann ich eh auch sagen. Sind wir beim Zahnarzt? Sind wir beim Zahnarzt? Nein. Nein. Ich höre jetzt nur noch auf Hoheka. Ich sage gar nichts mehr. Haben wir mit irgendeiner Hamster-Eigenschaft, und wir haben, denke ich, mit vier Eigenschaften den Hamster komplett umrissen, haben wir mit irgendeiner Sache da richtig gelegen? Ja. Was den Hamster angeht jetzt. Als Tier. Aber was den Hamster-Test angeht, gab es einen Doktor Professor Eduard Hamster, und der hat einfach die Bruchfestigkeit von Stahlträgern? Die wir noch nicht genannt haben. Zum Beispiel, dass er niedlich ist. Wie süß. So wie Kindchenschäber. Genau, wir sind in der Psychologie. Wie hamsterig sieht einer aus? Bei Psychologie hat der Mhhhhh gemacht. Stellen Sie sich mal vor, jetzt haben gerade Deo mein Zuschauer eingeschaut. Ja, dann haben Sie gedacht, ich komme. Was haben Sie gedacht? Dann haben Sie gedacht, ich komme. Hat meine Zigarette jemanden? Klingen Sie so, wenn Sie kommen? Ja, ich komme auch an, ich komme ja unterschiedlicherweise. Aber Psychologie... Jetzt hat sich Bilder im Kopf! Jetzt halten Sie uns nicht auf! Ja, Moment, das ist ja was Spannend jetzt! Also Psychologie ist das Stichwort, Hamster-Test. Psychologie. Ein Hamster lebt im Käfig. Ein Hamster lebt im Käfig. Das ist ein Test, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie zu lange in penetranten Situationen ausgesetzt werden. Nein! Zum Beispiel, indem Sie ewig lange eine Frage beantworten. Aber wie ist das denn so ein Test, also im Käfig, enger Raum ist ein Hamster-Test. Viele auf einen Haufen könnten Hamster-Test, Urlaub in Syrien könnten Hamster-Test... Wenn man in der Schlafforschung Menschen nachts den Schlaf entzieht. Ja! Zum Beispiel, das wäre dann der Hamster-Test. Also wenn man den... Oder zum Beispiel für Hamster, ob die also einen an der Waffel haben. Bevor man die zu den Kindern schickt. Oder sind wir wirklich beim Sammeln doch, dass es um irgendeine Sammeleigenschaft von Messis oder sowas geht. Ich sag's euch mal. Ja, okay. Also, der Hamster-Test ist ein illustrierter Fragebogen zur Untersuchung der Gefühlswelt von Kindern. War ich mit den Kindern gar nicht zu fragen? Hamster-Test, weil der Fragebogen eine Bildergeschichte erzählt, in deren Mittelpunkt eine Hamster-Familie steht. Aus den Fragen und Antworten, die einem Kind zu dieser Geschichte einfällt, können Psychologen Erkenntnisse gewinnen über mögliche emotionale Störungen, an denen ein Kind leidet. Es geht um eine Hamster-Geschichte. Deswegen heißt das Ding Hamster-Test. Sehr schöne Frage. Mark, 500 Euro bar auf die Hand. Freue mich sehr. Ich meine, ihr seid ja ziemlich weit gekommen mit Psychologie. Also, wenn da jetzt noch das Wort Kinder gefallen wäre... Das kann ja. Aber, boah, das hätten Sie eh nicht gelten lassen. Weiter, 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 weiter. Hätte ich dann aber weiter... Bitte? Ich hätte dann weiter gemacht, nicht? Ich hätte euch dann noch eine Chance gegeben. Aha. Der Mann lügt schneller, als ein Pferd rennt. Mach du mal den Hamster-Test. Dann möchte ich mal ein bisschen, was da rauskommt. Na, die Schichte mit so ganz alten Hamster. Ganz alter Hamster mit albernen Bärten. Das weiß ich jetzt nicht, wann das da rausgehen kann. Ich bin der Einzelne, der sich hier immer freiwillig eine Stunde lang beleidigen lässt. Das stimmt übrigens. Wir sind jetzt auch mal lieber zu. Nein, nein, nein. Das stimmt. Nein, mir macht es ja auch Spaß. Mach manno. Ich hab ja sonst nicht. Außerdem gibt es ja auch so einen schönen Nasen-Hamster wachsen lassen. Nein, das ist was... Wie haben Sie das genannt? Orgasmus-Beschleuniger. Genau. Man sagt ja auch, man hat bei der Geburt ein Stück von der Umrandung mit rausgerissen. So könnte es ja auch... Nee, das sind die... Nein! Das sind die Jürgen von der Lippe Bärte. Das sind die Jürgen von der Lippe Bärte. Ah! Ah! Nein! 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 Moment, Moment! Bei ihm ist das nicht ein Stück, bei ihm ist das die komplette Umrandung. So, ich mach mal weiter, bevor es ausatmet, meine Damen und Herren. Ich mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Wir gehen zu Dagmar Presser. Sie wohnt in Unterschleißheim. Und Dagmar Presser möchte wissen, was ist ein Schulterhorn? Ein... Das letzte Wort. Ein Schulterhorn. Horn! Das ist der Glöckner von Notre Dame. Ein Schulterhorn. Dieses Schulterhorn. Ist das ein Überbein, sprich der Orthopäde, der Mediziner von einem Schulterhorn? Das ist eine Art Überbein an der Schulter ist bei einer Überstrapazierung durch immer wiederkehrende Bewegung. Aber Überbeine gibt es, glaube ich, nur an der Hand. Deswegen heißt es auch Überbein. Deshalb heißt es ja auch nicht Überbein, sondern Schulterhorn. Eben. Danke, Herr Hohecker. Es ist ein Film. Das letzte Schulterhorn. Ja, genau. Der neue Sand 1 und das letzte Schulterhorn. Genau. Mit Ralf Möller in der Hauptrolle. Ralf Möller in der Hauptrolle. Als Schulter. Als Schulter. Als Schulter. Ist das ein Tier? Wer spielt das Horn? Veronika Ferris. Und Heino Ferch. Und Heino Ferch spielt das. Das. Okay, Frau Wundsel. Ein Tier? Bitte was? Ist das Schulterhorn ein Tier? Welches Tier? Aus der Familie der Eichhörnchen. Die Schultern sich immer gegenseitig bei langen Wegen, die sie so zurücklegen. Herr Hochboning hat so einen schönen Ansatz. Ich glaube, es hat sich beim Schulterhorn. Ja, ja. Also Heichhorn, Nashorn, Schulterhorn. Es gibt ja alles. Die Geografie. Ein Pickel. Ganz kurz. Ein Pickel. Der ist aber so groß wie eine Schulter. Der wächst hier oben. Ach, Herr. Herr Knob. Das mache ich dir ernst. Natürlich nicht. Das hat der Herr Boning ganz kurz. Einstörtes für den Kopf. Äh. Herr Boning. Musikinstrument Gebirgsformation. Jetzt könnt ihr weitermachen. Sehr gut. Sehr gut. Ein Schulterhorn. Das ist ein Horn. Ein Blasinstrument. Ein Blasinstrument. So ein Susafonartiges. Halbseitig über den Oberkörper gewickelt. Dass geschultert wird. Ich finde aber, dass die Gebirgsformation gut kommt. Warst du schon auf dem Schulterhorn? Nee, da liegt noch Schnee. Also die Schulter eines Berges. Ja. Also knapp neben dem Rücken sozusagen. Schulterhorn. Und darauf wiederum ein kleiner Felsvorsprung. Das ist der Schulterhorn. Direkt neben dem Matterhorn. Nee, neben dem Matterhorn wäre ein Schulterhorn. Wenn da direkt daneben noch die Matterschulter wäre. Aber wie wär's denn, wenn wir beim Bund oder beim Militär wären? Die Jungs, die haben doch sehr gerne auf ihren Schultern Auszeichnungen. Sind wir beim Militär, Herr Balder? Die haben auf ihren Schultern Auszeichnungen? Was haben die da? Preise oder? Nee, nee, nee. Das ist doch was ich meine. Sie meinen diese kleinen Dinger hier. Diese Streifen und so. Ah. Streifen oder so Knöpfchen. Also spricht irgendwie vielleicht in der Bundeswehr jemand Lachs bei der Auszeichnung für einen höher stehenden Offizier. Pssst. Haltet euch gepäcklich. Das ist ein Schulterhorn. Gibt's das nur beim Militär oder auch woanders? Beim Schützenverein. Wo noch? Bei der Feuerwehr. Sie führen uns doch wieder an der Nase herein. Wer sagt das? Ich. Warum denn? Weil ich recht habe. Stimmt. Wie wär's denn das? Wie wär's denn das? Transportable Martinshörner. Also heutzutage, das wissen natürlich die wenigsten. Es gab, bevor das Auto erfunden wurde, ja auch schon Martinshörner, als die Schutzmänner noch zu Fuß durch die Innenstädte kontrollierten. Genau. Und die trugen Schulterhörner, wenn sich am Samstagvormittag auf der Breitenstraße mal wieder dieser Fußgängerstau entwickelt hatte. Und das wird auch bald wieder so sein, wenn das so weitergeht mit der Autoindustrie. Und dann haben die also Tatüt-Tatar gerufen. Ganz genau, die haben Tatüt-Tatar gerufen. Das hieß übrigens lustigerweise überhaupt nicht Schulterhorn, weil es auf der Schulter befestigt war, sondern weil Martin Schulter dieses Gerät erfunden hat. Hieß der ja nicht Martin Luther? Wir sind trotzdem in der Medizin aber nicht bei Knochen, sondern bei Hornhaut. Und spricht der Hautarzt von Schulterhorn, dass Menschen, die viel Rucksäcke schleppen oder so, hier so eine übermäßige Ausbildung von Hornhaut haben. Da spricht der Hautarzt von Schulterhorn. Also sind wir in der Medizin? Ja. Das ist doch schon mal schön. Weil es falsch ist. Richtig. Das Schulterhorn, es ist ein altes, traditionelles Transportmittel, mit dem man größere Säcke oder größere Bündel Heustroh oder sonstiges auf der Schulter transportieren konnte. Und es ist hornförmig nach oben gebogen, damit ebenselbiges nicht her runterfällt. Das ist gut. Wo kommt das her? Syrien. 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 Oberbayern. So was kommt immer aus Syrien. So was könnte auch aus Afrika kommen. Da werden ja auch Sachen auf den Kopf getragen. Das Problem ist, sobald er sich dafür interessiert, ist das völlig irrelevant, was man gesagt hat. Komma, Maßeinheit an diesen... Ah, genau. Würde ich dann noch ansetzen, Maßeinheit. Also fünf Schulterhörner ist zum Beispiel ein Liter Bier. Was? Fünf Schulterhörner? Fünf Schulterhörner ist ein Liter Bier. Vielleicht sind es auch drei. Ich weiß das jetzt nicht en Detail. Die Wikinger haben ja aus so Hörnern getrunken auch. Und das war vielleicht so eins, was man so zum Mitnehmen sich so anhaken konnte, wenn man zum Plündern ging. Dann konnte man sich so ein Methorn, wie man das jetzt auch hat. Wie die Trucker heute die Cola nehmen, in den Spiegel machen, hatten so die Fernfahrer, Wikinger, hatten so ein Horn an der Seite. Wenn die zum Starbucks gingen, haben die sich halt so ein Schulterhorn, Espresso oder Latte Macchiato, hier so an die Schulter gehängt. Oder ist es etwas aus dem Jagdbereich, dass also beispielsweise ein Hirsch mit einem Horn, mit einem Geweih, dass da vielleicht eine besondere Form des Geweihs eben das sogenannte Schulterhorn. Im weitesten Sinne Tierwelt. Richtig. Nein. Es ist ein Elementalteilchen oder vielmehr ein halb U-förmig gebogenes Kohlenwasserstoffmolekül. Haben wir die S? Nein, nein, nein. Das ist... Das ist... Moment, Moment, Moment. Was ist los? Ja, ich habe dir jetzt überlegt, U-förmig wäre zu viel. Das würde einem... Einen Schulterhorn halte ich als Sprechen auf. Habe ich gesagt, einem halb U-förmig. Was ist denn ein halbes U? Ein J. Ein J-förmiges... Also ein Schulterhorn ist ein J-förmiges... Ein J-förmiges Kohlenwasserstoffmolekül. Oder ein kleines L. Es ist... Jetzt weiß ich es. Bitte. Es kommt von den Olympischen Spielen. Es ist ein Schulterwurf im Judo oder im Ringen. Es ist eine besondere Figur, die möglicherweise auch im Eiskunstlauf Katharina Witt, wenn sie irgendwie von ihrer Trainerin Jutta Müller irgendwie links und rechts und über die Schulter hat. Das war scheiße. Das ist irgendwas aus dem sportlichen Bereich, würde ich sagen. Ist das Schulterhorn? Und das ist richtig. Nein. Und Waffen hatten Sie auch gänzlich abgelehnt? Hatten wir die schon? Waffen? Waffen. Na ja. Ich glaube, das Schulterhorn ist ein altes ägyptisches Machtsymbol, was der Pharao auf einer Schulter trug, weil er im Gegensatz zur Welt, die in gleicher Einheit mit sich selber steht, symbolisieren sollte, dass er auf einer Seite mehr Macht besitzt, als auf der anderen Seite. Es war insbesondere auf dem... So lösen! Lösen! Können wir lösen? Bitte lesen Sie den Namen! Ich hab noch nicht mal Syrien gesagt. Okay, ich zeig's euch. Herr Ulker, kommen Sie mal nach vorne. Wenn du jetzt den Spock-Griff machst und ich krieg die Hälfte nicht mehr mit hier. Geschwöse! So, dann müssen wir hier stehen. Ja? Zerbe bringt jetzt mal das Schulterhorn. Au! Ah! Oh! Es hat was mit Fitness zu tun. Ja, Sport, hatte ich doch gesagt. Warum soll ich das jetzt machen? Ja, wo kommt das jetzt rein, ne? Ne, andersrum. Moment, Sie waren so... Ja, ja, das ist... Nein, das war schon richtig. Das war richtig. Das war richtig, glaube ich. Äh... Das war schon richtig. Ich werd gleich aufs Rad gebunden. Alles, keine Angst. Geflogen werde ich aufs Rad. So, komm. So. So. Jetzt nehmen Sie mal Ihre Hände. So. Und jetzt hier ein Gewicht dran. Boah, ist das schwer. Hier ein Gewicht dran. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ach doch. Weil ich jetzt nämlich meine Schulter nicht belaste. Ja. Nur die Unterarme. Genau. Es geht nur um die Unterarme. Man sieht mich nicht. Was weiß ich nicht, ich möchte gals Dill zeigen. ... Machen Sie weiter meine Webadresse ist noch nicht von allen Zuschauern abgeschrieben worden. Also, das Ding ist ein Schulterhorn, damit man einfach nur die Unterarme trainiert und nicht die Oberarmer. So, nimm mal das mit. Das können Sie anbauen, Sie sehen gut aus. Sieht auch gut aus. Ja, das ist auch so stark. Ja, Herr Kief, ich werde heute. Ich glaube, das ist, also, ich glaube, das ist falsch, Herr Kief. Nein, das ist gut. Also, es fühlt sich auf jeden Fall total erotisch an. Mit so einem Ding ist Michael Jackson damals auf dem Stadion geflogen, oder? Also, ich glaube, ich weiß nicht, kommen Sie mal her, ich weiß nicht, muss das nicht noch irgendwie anders sein? Nein, das ist doch gut. Achso, da muss das rein, vielleicht muss das so rum. Achso, so rum rein. Ja, so. Ja, stimmt. Dann wird es nicht, nee, dann geht es mir wie meinem Hamster. Das ist richtig, ist auch falsch. Also, das muss, dann ist es vielleicht doch so. Herr Hoherstam hat eben beim Training genau das Richtige gekültet, dass er die Schulter nicht belastet. Ja, dann lassen wir es mal so, es sieht auch scheiße genug aus. So, auf jeden Fall, in diesem Falle, Dagmar Presse aus Unterschleißheim, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr gut. Möchten Sie so bleiben jetzt, oder soll ich Sie befreien? Ich weiß es nicht, ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer, ich weiß. Das ist doch mal so. Ich darf mich verlaufen. Sie können es auch abnehmen, wenn Sie möchten. Ich möchte Sie jetzt nicht zwingen. Nee, nee. Vielleicht beruhigt Sie sich jetzt. Ich kann mal weitermachen. Ja, mal sehen, wie lange das aushält. Ja, mach dir mal weiter, ich komme hier raus von alleine. Gut, wir machen weiter, Melinda McLeod, McLeod, Mc, L-E-O-D, wie spricht sich das? McLeod. McLeod. Nee, McLeod. 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 Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt live, ein Mensch befreit sich. Der große Odin. Der große Hohen. Nein, der alte Mann, der alte Mann, ich will da wieder hin. So, willkommen, Windows mal wieder ab. Übrigens, das Geräusch war eben da. Ich habe es gehört. So, wir machen einfach mal weiter, danke dir. Wir machen einfach mal weiter, wir gehen jetzt mal nach Schwarzenholz, das liegt im Saarland. Melinda McLeod, also Melinda, Melinda wird wissen, wie sie heißt. Und Melinda möchte wissen, was ist eine sogenannte Bodenverletzung? Herr Wörker, könnten Sie ja an sich das beobachten. Bodenverletzung. Bodenverletzung. Wenn beim Fußball jemand in den Rasen tritt, dann ist die Grasnabe beschädigt, dann wäre das quasi eine Bodenverletzung. Das wäre egal in dem Fall. Das wäre egal. Wenn jemand ins Gras beißt, auch quasi seine doppelte Bodenverletzung. Auch der Boden selber. Eine Bodenverletzung ist wahrscheinlich ein Grenzübertritt. Also ich sage mal, früher im Wilden Westen, als noch die Grundstücke frei zu verteilen waren und jemand hat irgendwie abgesteckt mit rot-weißem Flatterband, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, und dann ist jemand mit dem Fuß quasi, hat also das, dann war das eine Bodenverletzung, die mit einem Pfeil im Kopf bestraft wird. Oder wir sind prinzipiell bei Agrarwissenschaften, wenn ein bestimmter Boden falsch bearbeitet, besät worden ist. Also ein Boden, der eigentlich nur für Kartoffeln oder Viehzucht und dann plötzlich baut jemand Mais an. Oder Palmen. Und dann ist dieser Boden für jahrelang verletzt. Verletzt. Emotional. Emotional. Oh, innerlich. Auch nicht beim Beckenboden. Dachen, Entschuldigung, Dachboden wäre sonst eingefallen. Ah, Versicherungsschaden. Versicherungsschaden, natürlich Dachboden, zum Beispiel, wenn die Wasserleitung, die unterm Dachwurst verläuft, jetzt gar keine Wasserleitung. Macht doch mal nichts, wenn dort eine verläuft würde und das Rohr platzte im Winter, dann würde es zum Beispiel zu einer Bodenverletzung kommen. Wer hat seine Wasserleitung im Dachboden? Ist das jetzt so ein Beispiel? Ist die Bodenverletzung eine Schnittwunde auf dem Bodensee? Sind wir bei Sport und Freizeit? Moment, Moment, langsam. Aber See ist gut. See ist aber gut. Möchten Sie das Horn wiederholen? Nein, nein, das Seht finde ich gut. See kann doch, wenn man da Fahrräder versenkt oder alte Ölsachen, dann wird quasi der Boden des Sees verletzt. Den nennt man aber Grund. Grundbodenverletzung sagt man auch. Grund. Grundlose. Nein, Grund. Ich darf noch mal in den Bereich Sport und Freizeit mit euch marschieren. Gerne. Voller Freude und Lebenslust. Ja, natürlich. Jetzt aber los. Es gibt doch so lustige Hobbys, wo unbescholtene Bürger am Wochenende sich als Ritter, Indianer oder weiß der Teufel was verkleiden und machen hochnotalberne, nein, wunderbare, wunderbare Spiele. Ritterspiele. Zum Beispiel. Und vielleicht sprechen die von einer Bodenverletzung, wenn dann so zwei vermeintlich verfeindete Sippen Also wären wir praktisch im Mittelalter. Würde das ja aufs Mittelalter zurückgehen. Ja genau, 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 genau. Das ist insofern, nein. Aber ich finde Sport total gut. Bodentour. Sie finden Sport gut? Auch privat. Ich habe ja eine Menge Erfahrung, auch gerade was Schulterhörner angeht. Und vielleicht, ich gehe da mal so auf, bei Karate oder Boxen oder beim Ringen eine Regelverletzung, was Bodenbetretungshaftungsansprüche angeht. Ja, wo jetzt? Bei welchem Sport? Beim Ringen. Beim Ringen. Wenn man zum Beispiel bei einer anderen Sportart. Bei welcher? Bei gar keiner. Beim Schonen. Ja, bei gar keiner. Ich wusste. Ich bin nochmal bei... So einfach. So einfach. Der Beckenboden, der wird ja im Verlauf einer Geburt einer besonderen Belastungsprobe unterzogen. Und kommt es zu einer Ruptur, wie der Mediziner sagt, dann ist das eine Bodenverletzung. Sind Sie Medizinerin zufällig? Nee, wir haben hier komische Geräusche heute. Ah! 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 Natürlich! Sie hat schon, sie kommt schon wieder. Er kommt schon wieder hin. U, A, U, A, ich komme. Natürlich, der Bäcker, der Konditor, der muss doch Böden machen, um Tochten zu backen. Tochtenböden? Ja. Was ist die Bodenverletzung? Ja, ganz einfach. Wenn er eine Pfirsichhälfte reingeschnitten hat und der Boden zerbricht oder Schwarzwälder Kirsche ist Kirsche bei mir. So, beim Essen. Ja. Im weitesten Sinne. Auf jeden Fall. Nein. Nein? Wir sind, äh... Wo sind wir denn? Beim Kochen. Bei wem? Beim Kochen. Dann sind wir doch auch im weitesten Sinne bei Essen, Sie Nase. Nicht, wenn ich koche. Tochtenböden. Wenn der Pfannenboden oder der Topfboden verletzt wird, und dann kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter... Also ich würde das ganze Thema Essen auch im weitesten Sinne einfach mal... Also sind wir auch nicht bei Getränken, bei Wein, bei Reben? Und der Waldboden wird beispielsweise... Boden, Boden halt. Wald, aber ist mit... Auf Wald, ja, ja. Natur ist alles... Ja. Auf. Was ist das jetzt? Der Blitz schlägt ein, Herr Balder. Schlaggloch. Wir sind auf dem Boden in der freien Natur. Der wird verletzt. Ja, ja, ja. So, weil ein... Ah, natürlich. Ein Kind fährt Fahrrad, es fällt um und verkratzt mit der... Und verkratzt nämlich dann mit der Pumuckl-Klingel, verkratzt nämlich die Scholle des Bauern. Und dann haften die Eltern, weil sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Eine Boden. Wieso die Scholle des Bauern? Hat der Fische? Aber Bauer ist gut. Ja, das ist... Du hast jetzt nicht wirklich auf... Hat man hier einen Hinweis von Ihnen, Herr Balder, dass es um den Boden an sich geht? Wir sind also nicht in der Seefahrt. Nein, aber wir sind beim Nachbarschaftsstreit. Nein, die See findet ja meistens im Wasser statt. Wir sind ja beim Boden. Aber wir sind aber wirklich bei dem Boden. Nachbarschaftsstreit. Bei welchem Boden? Ja, bei dem Boden jetzt dann. Bei welchem denn? Landwirtschaft. Nachbarschaft. Ja, ja, ja. Nachbarschaftsstreit. Bitte? Wenn eine große Eiche auf einem Grundstück nah an der Nachbarschaftsgrenze ist, an der Grundstücksgrenze, und die Wurzeln reichen in den Boden des anderen Grundstücks herein, dann spricht man von der Bodenverletzung. Falsch. Ah! Aber es war kurz sehr spannend. Hat es vielleicht etwas mit der Landwirtschaft zu tun? Das muss ja, glaube ich, in gewissen Abständen muss ja ein Acker auch mal leer stehen. Und wenn der jetzt nochmal drei Sommer hintereinander oder Frühling irgendwie dann doch... So, dann ist der quasi der Boden nicht mehr... Dann ist da nicht mehr genug... Mach ruhig weiter. Ich mach das. Es sind nicht mehr genug Nährstoffe im Boden. Und das ist keine Art... Da war ich vor gefühlten drei Stunden mit meinen Kartoffeln und Mais. Da hat die Sendung ja auch noch gar nicht angefangen. So, deswegen... Die Bodenverletzung... Geht es um Klärgruben? Geht es darum, wenn Menschen... Klärgrube, eine sehr bekannte Sängerin. Ach, Balder, ich kann bald nicht mehr hier. Geht es um eine Bodenverletzung, wenn Menschen Chemikalien oder böse Sachen in den Boden unsachgemäß abführen? Wenn wir in dieser Sendung das Niveau am Boden ist und wir es immer weiter versuchen und es immer weiter kratzen und verletzen, bis der Boden blutet, ist es das vielleicht? Nein, es hat mit Landwirtschaft zu tun. Nein, aber es hat nicht mit Landwirtschaft zu tun. Ja? Ja! So, weiter, ihr, ihr. Hier, Teppichboden. Was ist denn, wenn so ein Teppichboden verlegt wird? Und man hat jetzt mit dem Teppichmesser... Versehentlich reingestellt. Ah, und der Teppich schreit. Marmorböden. Wir waren doch schon beim normalen Boden. Wir waren schon bei Feld, Wald und Flur. Was ist denn ein verpickter, normaler Boden? Feld, Wald und Flur. Feld, Wald und Flur. Okay, geht's da rum, dass da das Wild drauf scheißt. Wir drehen, lehnen, lehnen. Das nennt man Düngen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine, ich möchte das jetzt mal analysieren, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben erstmal eine wirklich, ich möchte sagen, dreidimensionale, real vorhandene Verletzung des Bodens. Das heißt, die Anordnung der Moleküle der einzelnen Teile des Bodens ist verändert worden. Oder wir befinden uns hier in einer eher theoretischen... Oder es geht um Wildschweine und das Problem ist, ob der Pächter, der Yacht oder der Bauer, wer dafür verantwortlich ist, wenn die Wildschweine den Boden aufreißen. Wenn jemand mit dem Trecker über den Boden fährt, so, oder darf das nicht, dann ist irgendwie und kaputt und Ende so richtig, danke, nächste Frage. Bei der Geburt wird der Beckenboden einer besonderen Prüfung unterzogen, kommt es zu einer Ruptur, spricht die Medizinerin von einer Bodenverletzung. Und das kann man übertragen auf den... Harnenschäden auf dem Felde. Nein, es ist eine rechtliche, ein rechtliches Problem. Man verletzt das Recht, ein Boden, ein Boden, man hat einen Boden... Verläuft eine Wasserleitung direkt unter dem Dach, fürst. Und diese Wasserleitung platzt, zum Beispiel, weil sie im Winter vereist ist und der Dachboden wird lasst, dann spricht man von einer Bodenverletzung. Eine Bodenzerrung. Es ist ein rechtliches Problem. Ich sag's euch jetzt. Schilder! Ich sag's euch. Suchhunde. Unterwegs im freien Gelände. Wie finden die eine Spur? Ganz einfach. Jeder noch so geringe Fußabdruck. Zerstört Pflanzenteile und kleinste Mikroorganismen, die Gerüche freisetzen. Diese Gerüche kann der Suchhund erschnüffeln. Und weil der Boden gewissermaßen Verletzungen aufweist, die dem Suchhund den Weg weisen, spricht man in diesem Zusammenhang von einer Bodenverletzung. Es geht um die Abrichtung von Hunden. Ihr wart ganz nah dran. Nein, das hätte man wissen müssen. Das konnten wir ja gar nicht. Ach, das muss man wissen. Melinda mit Nachnamen, wie immer Sie heißen, aus Schwarzenholz. 500 Euro für Sie. Gratulation. Ich hätte noch so schöne Fragen, die machen wir dann nächstes Mal. Die Zeit ist leider um. Aber da hat keine einzige gelöst. Ehrlich nicht? Können wir nicht noch eine machen? Wir haben eine andere gehabt. Wir machen einfach noch eine oder zwei und du schneidest die schlechten raus. Stell doch einfach eine Frage, die du schon hattest. Die können wir dann lösen. Ja, und wir tun doch mal so, als wenn wir die nicht lösen. Sonst stehen wir so blöd. Hat die überhaupt nichts heute? Doch, mach doch noch die Federmäuse, die leider stehen. Die Federmäuse. In Portugiesien. So Scheißfragen können wir immer. Denken Sie drüber nach, meine Damen und Herren. Ich habe Portugiesien gesagt. Wie heißt es wirklich? Wenn Sie es wissen? Portugalien. Dann schreiben Sie an... Also, ich wiederhole die Frage. Portugiesien oder Portugalien, meine Damen und Herren. Wenn Sie es wissen, schreiben Sie an den Norddeutschen Rundfunk. Und es gibt drei Gelände-Welken zu gewinnen, die den Boden verletzen. Genau. Das war's. Schönes Wochenende. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.